Hallo, ich bin Dr. Axel Hunche und werde Ihnen heute zeigen, wie ein Junker-Vibrationstest mit geregeltem Querhub funktioniert. Den Versuch führen wir mit unserem neu entwickelten Junker-Prüfstand 208.200KN durch. Heutzutage treten Ausfälle in der Technik praktisch nur nach dynamischer Beanspruchung auf. Ein Junkertest dient der Messung der Lebensdauer einer Schraubenverbindung unter dynamischer Querbelastung. Wir fragen also, was hält die Schraubenverbindung aus und wie lange dauert es, bis sie sich löst. Nach wie vielen Zyklen, wenn überhaupt, ist die Vorspannkraft der Verbindung auf 0 oder fast 0 zusammengebrochen. Die Lebensdauer einer Schraubenverbindung lässt sich beeinflussen durch die Oberflächenbeschichtung, aber auch durch zusätzliche Sicherungselemente wie verzahnte Sicherungsscheiben oder Mutter mit Klemmeinsatz. Bis jetzt war es mit einem Rüttelprüfstand nur möglich und auch genormt, den Querhub ohne Prüfling, also im Leerlauf, einzustellen. Im Versuch aber wurde der sich tatsächlich ergebende Hub geringer, da die Schraube verspannt und beansprucht wurde. Wenn sich nun im Laufe des Versuchs die Schraube lockerte, änderte sich der Hub weiterhin. Um einen differenzierteren Versuchsaufbau zu ermöglichen, kann an unserer neuen Prüfmaschine nunmehr der Querhub während des laufenden Versuchs nach Wunsch geregelt werden. Denn letztlich ist es der aufgezwungene Querhub, der zum Lösen der Schraubenverbindung führt. Mit der neuen Maschine lassen sich die Bedingungen im Feld realistischer nachbilden. So kann zum Beispiel der Querhub konstant gehalten werden, ebenso können beliebige zeitliche Rampen nachgefahren werden. Wie das funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wie Sie sehen, hat TEST mit der neuen 208 den Junkertest, ein klassisches Verfahren der Prüftechnik, entscheidend weiterentwickelt und setzt damit neue Maßstäbe in der Qualitätssicherung von Schraubenverbindungen. TEST greift damit der neuen Luftfahrtnorm ISO 16130 bereits vor, die eine Amplitudenregelung während der Versuchsdurchführung als bevorzugt beschreibt. Mit der neuen TEST 208 lassen sich durch die zusätzlichen Funktionen der tatsächliche Querhub konstant halten sowie beliebige zeitliche Rampen nachfahren. Sie ermöglicht also noch realistischere Versuche für die dynamische Prüfung von Schraubenverbindungen bei verbesserter Reproduzierbarkeit. TEST hebt das herkömmliche und bewährte Junker-Prüfverfahren auf ein neues Level. Für innovative Forschung und für zuverlässige Qualitätssicherung.